Setzen wir ein. Er hat das Geld überwiesen. Hat überwiesen. Perfekt. Das ist ein nicht trennbares Verb. Hat überwiesen. Bedien dich einfach. Bedien dich mit Akkusativ. Sie hob das Geld ab. Danach zahlte sie es wieder ein. Abheben. Einzahlen. Und noch einmal. Er hat das Geld überwiesen. Bedien dich einfach. Sie hob das Geld ab. Danach zahlte sie es wieder ein. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Gelen davor. Auktion. Auktion. φ Läge. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Weil es so ist, gebt mir ein. Ich hoffe es ist, gebt mir ein.